Für den nächsten Brawl Pass oder auch für den nächsten Version, den nächsten Skin, whatever Leute. Und ja, ist eine sehr geile Sache. Seid schwer, wenn ihr was bekommen wollt, wie gesagt. Und let's go. So Freunde, wir schauen einfach mal rein. 2017 und zwar gab es dort tatsächlich einen anderen Tresorrauf-Modus. Bin mal echt gespannt, was ihr davon haltet. Auf jeden Fall ist das Ganze nicht ganz so, wie man es heute kennt. Denn damals war es ein bisschen anders. Wir sehen hier schon was Matchmaking. Und zwar ganz am Anfang war die Tresorrauf-Modus nur mit einem Tresor. Ihr seht, oben war keiner und nur oben ist einer gerade. Das heißt, entweder man verteidigt einen Zell oder man greift an. Das finde ich im Nachhinein nicht ganz so geil, weil es ist wahrscheinlich entweder viel einfacher gewesen zu verteidigen oder zu viel Arten gewinnen.